Die fragen euch jetzt sicher, was ist Sleep25? Sleep25 ist ein Kombiangebot von Schweizer Tourismus und der Schweizer Jugendherbergen. Da kannst du mit deinen Kollegen in einer Schweizer Jugendherbergen eine Nacht buchen in einem Mehrbettzimmer, inklusive zum Morgen. Das kostet pro Person 25 Franken. Wichtig ist aber, das Ganze kann man nur an zwei Tagen im Monat buchen. Darum haltet eure Augen offen und bucht schnell. Das Gute ist, die Jugendherbergen sind nahe zu Skigebieten und auch in Städten. Das ist also eine mega coole Möglichkeit, um mit deinen Kollegen eine günstige Reise zu machen. Viel Spass beim Buchen, behaltet eure Augen offen und zwei Tage im Monat. Tschüss zusammen.